morgen leute ich habe eine schöne mod vorstellung für euch und zwar ist das dieser volvo fh2022 von sanax den hat hier sanax hierbei auch bei steam workshop den gibt es natürlich auch als p mod aber machen sage ich mal dem selbst überschätzen und ja ich weiß dieser volvo wird auch bald für die 153 am start sein von ss wenn das dann jetzt in einigen wochen wieder so sein wird wenn die dann rauskommt die 153 aber dieser mod der hat es mal in sich weil ihr könnt den individuell bearbeiten die templates und templates dabei und was viel wichtiger ist als die templates weil nur mit templates alleine kommen wir ja nicht weit sondern die xml-datei somit können wir das ganze auch mit mod studio 2 dann bearbeiten ja es vereinfacht das ganze geht dazu wie ihr sehen könnt bin ich jetzt schon mal hier runter gescrollt oder habe hier runter gescrollt und ihr könnt sogar ach habe ich euch hier guck an das habe ich sogar gesehen ihr könnt sogar oder nummernschild und die die box sie also die die das lichtschild könnt ihr könnt ihr auch machen oder lichter box wie auch immer können dann auch bearbeiten ja ist auch eine skin vorlage das nummernschild ladet ihr euch runter dann können wir gehen das durch keine angst wir machen das alles hier step by step machen dann skin drauf beziehungsweise ich habe das soweit dann schon vorbereitet und dann können wir sehen wie das ganze dann funktioniert genauso hier mit der xml-datei wenn einige vielleicht jetzt nicht wissen ja gut und schön aber wie geht das denn jetzt auch kein problem davon abgesehen ich habe da auch ein tutorial draußen aber wir wir machen das jetzt einmal hier mit ja das heißt ihr ladet euch das dann runter wenn ihr natürlich bock drauf habt voraussetzungen was ich immer sage und dann wieder sehen wie man das dann bei mod studio 2 dann einfügt und somit können wir dann anhand der templates die auch mit dabei sind den wollen wir dann bearbeiten je nach belieben mehr also das heißt ihr könnt dann neue skin beziehungsweise ja den lackierung drauf machen was sie machen wollt oder ja zusätzliche logos alles da was da sorry alles aber was da vorgegeben ist ein template ist natürlich was kann wo kein template mit dabei ist können wir es nicht machen aber da ist schon einiges dann werdet ihr sehen könnt die zeit kurz machen ihr könnt also ihr könnt wirklich einiges damit anstellen also lackierungs mäßig sage ich jetzt mal ja also das ist schon ist schon sehr sehr nice was der sanax hier uns hier zur verfügung gestellt hat ja zum bearbeiten finde ich sehr 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 schön der lkw in sich ist ja schön natürlich wenn ihr euch der wenn wenn euch der der motorsound da nicht passt könnte natürlich dann dementsprechend dann auch eigenen motorsound es gibt ja ja so einiges was ihr dann ersetzen könnt das ist ja dann auch individuell muss jeder für sich natürlich entscheiden ja könnt auch den vorhandenen hier nehmen ja das ist wie gesagt da könnt ihr dann rum basteln wie ihr lustig seid ja ich werde ich dann anhand eines beispiels wie schon gerade erwähnt dann ja so ein skin da drauf klatschen ja also mein skin als solches dann denke ich mal und den ja jetzt nicht jetzt einfach nur jetzt dass ihr sehen könnt dass das ganze auch so funktioniert okay erst mal genug gequatscht ihr wisst ihr soweit ihr bescheid wie bei steam werde ich natürlich auch verlinken ist klein in der beschreibung findet ihr dann soweit alles und jetzt immer das ganze mal kurz an jetzt go nachdem ihr euch das runtergeladen habt also einmal diese ss datei die kommt als ss datei die kommt als winrad datei schon ihr wird hier runtergeladen also hier ist das template die xml datei drin und so weiter und auch die templates die vorlagen auch für die wie die einzelnen anbauteile ja und hier habt ihr natürlich in dem ja den extra den herunterladen könnt wenn ihr wollt das nummernschild nummernschild sage ich euch gleich auch noch etwas ja es funktioniert als solches aber es geht nur vorne und ich hinten ich weiß nicht warum aber ist halt so ich habe es ja schon natürlich probiert das ganze und ja geht halt nur wie gesagt so vorne heute auch jetzt kein ja kein beinbruch sein wenn es bei dem einen oder anderen klappen sollte soll ich schon mein vorfeld dann gerne in die kommentare schreiben wie er das hinbekommen habt also ich habe es nicht hinbekommen ich habe es nur vorhin bekommen hinten habt ihr das normale kennzeichen also standard kennzeichen dann und vorne habt ihr das könnte das dann als solches dann bearbeiten und ist auch dann sichtbar okay so viel sei dazu gesagt und die lightbox ist natürlich auch enthalten ja die funktioniert dann tadellos so dann gehen wir hin beziehungsweise wir nehmen den erstmal weil wir müssen ja auch gleich kurz bearbeiten zeige ich euch dann kurz habe ich ja schon so weit vorbereitet ja wir jetzt gehen das jetzt ganze jetzt nicht sondern lege das dann alles schon drüber weil ich das schon fertig habe nur damit ihr seht dass das ganze auch funktioniert dass das ganze auch übernimmt und das ganze auch funktioniert im game deshalb will ich euch das mal nur mal so grob zeigen so den brauchen wir jetzt nicht das wäre jetzt der hier wie gesagt da wo das sommer schild drin ist und die lightbox und der hier oder diese windrad datei besser gesagt die entpacken wir jetzt so haben wir hier die drei templates für den volvo ja drei verschiedenen typen ich habe mich hier für diesen entschieden für den cap lobe trotter und hier sind die vorlagen für die anbauteile dazu sage ich euch gleich auch noch was ja wie gesagt ihr könnt natürlich jedes einzelne könnt ihr dann bei paint.net oder mit einem anderen programm ich weiß ja nicht mit was ihr im einzelnen arbeitet könnt ihr natürlich ja war wir drüber legen und jetzt auch anders machen ja das zeige ich euch dann gleich und hier haben wir dann die xml datei da gehen wir jetzt zu modstudio 2 das machen wir als allererstes ich kopiere denn ich kopiere die geschichte mal ja denn ohne diese xml datei sind wir ja aufgeschmissen da können wir ja nichts den modstudio bearbeiten wenn das template hat habt und ja wohl das ganze bearbeiten geht ja nicht weil er wird ja natürlich das wichtigste und dementsprechend machen wir das jetzt als erstes ok gehen wir zum modstudio 2 erstmal kurz ok hier bei modstudio 2 geht ihr dann auf home dann klickt ihr hier auf ms2 directory dann klicken wir hier auf data oder data dann geht ihr hier auf mod data oder data und dann geht ihr hier auf scs hier sind die xml dateien drin beziehungsweise hier bei vehicle so ok so und hier sind ja die ganzen xml dateien die ganzen strukturen dann drin sind dann geht ihr hin fügt euer bei mir wird er sagen dass er den überschreiben will weil ich habe den ja schon drin ja genau dateien im ziel ersetzen natürlich damit ihr sehen könnt dass ich den schon drin habe da unten so da ist er hier der volvo den können wir dann auch nachher bei modstudio 2 dann sehen wenn wir dann soweit sind ja ok das sei dazu gesagt immer wieder kurz noch mal zurück wir wollen ja unseren mod erstellen beziehungsweise unser template erstellen unser mod erstellen wir hier natürlich später im nachhinein also das hätten wir jetzt erledigt also diese xml datei haben wir jetzt drin hier in diesem ordner könnt ihr dann wenn ihr eure anbauteile wenn ihr nicht wisst ja was ist denn das kennt die ganzen bezeichnungen nicht dann könnt ihr hier nochmal nachgucken diesen hat er hier sanax hat die alle normal einzelne hier aufgelistet mit bildchen ja könnt ihr sehen ja wo was ist nochmal finde ich sehr nice gemacht ja ja damit er auch wenn er das kennt beziehungsweise wenn er die farbe zuordnet dazu oder dafür ja und so weiter und so fort ist auch selbst erklärend denke ich mal ne ja ok ok so jetzt gehen wir zum eigentlichen template jetzt nehmen wir uns erst mal ja das template jetzt vom volvo gehen hin in meinem fall jetzt bin dort net so hier ist schon alles soweit auch von sanax sehr gut vorbereitet sage ich jetzt mal ja so dass man eigentlich sowieso nichts verkehrt machen kann weil dieses template ist sehr dankbar man kann es also alle super erkennen wo was ist aber er hat es ja nochmal alles hier geschriftet finde ich sehr gut ja 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 könnt ihr nochmal sehen sehr nice das ganze wirklich so dann den skin holen wir uns jetzt wie gesagt ich habe das ganze schon vorbereitet kein großes ding ist nur so damit ihr sehen könnt ja damit ihr auch was sehen könnt ja dass ich da dass es auch funktioniert ist ganz klar ne nicht da ich euch erzähle dass es funktioniert als solches und dann sagt ihr wo funktioniert das denn ne so könnt ihr sehen dass da als diesem beispiel skin dass das ganze auch funktioniert ja ok wenn ihr das dann soweit fertig geskinnt habt ja geht ihr natürlich hin und speichert das als dds-datei ja das ist ganz klar so so das dann als solches als dds-datei jetzt gespeichert dann hätten wir das schon mal fertig jetzt kommen wir zu den anbauteilen hier und das können wir uns alle ein bisschen einfacher gestalten denn bei mod studio 2 sind ganz die ganzen anbauteile ja auch aufgelistet und viel mehr aufgelistet als hier zu sehen ist ja ihr könnt natürlich diese hier nehmen indem er dann ja wie gesagt wie in meinem falle jetzt ganz kurz erklärt oder gezeigt wird er natürlich sagen so jetzt mache ich das hier ja das mache ich dann alles in rot zum beispiel so zack zack ja ihr speichert die geschichte ab fertig dann habt ihr das in rot komplett ja so so dann defender selbe spielchen ja geht hin ja wieder find.net ja und macht dann hier in schwarz zum beispiel ja seit fertig alles klar so unterlegt das alles hier macht das alles in schwarz ja gut und seit fertig speichert das ab zeig und so geht ihr dann jedes teil durch wie gesagt bei mod studio 2 habt ihr viel mehr in abbauteilen ja das kann ich euch will ich euch gleich zeigen für den volvo so könnte es belassen mit denen ja das wird dann ein bisschen länger dauern das ganze oder oder wir machen das anders wir gehen zu pain.net so hier sind wir jetzt wieder bei pain.net so und jetzt geht er hin und sagt jetzt zum beispiel ja möchte das erste anbauteil zum beispiel in rot haben kein problem dann macht er das ganze hier in rot und jetzt geht er hin bei bild geht auf größe ändern und dann macht er ganz einfach hier das ganze kleiner und zwar komat 16 mal 16 ne 15 nicht 16 habe ich gesagt so 16 ok so und dann habt ihr dieses kleine kästchen ja so das speichert ihr natürlich ab logisch einfach nur kommt so wie es ist als png datei ja png png wie auch immer ja habe ich ja hier auch habt ihr bestimmt schon gesehen ja das hier ja habe ich natürlich jetzt als unbenannt aber egal könnt ihr dann rot rein tippen oder auch immer ja logisch wenn ihr die farbe rot habt empfiehlt sich natürlich dann rot zu nehmen ja ok ich hab's jetzt als unbenannt ok so speichert die dann ab ja ich überschreibe die jetzt weil ich die ja schon habe mit der bezeichnung unbenannt ja und ja alles gut so und bei mod studio 2 dann könnte dann das entsprechende teil was sie dann auf der rechten seite dann sehen werdet ja klickte dann an und dann legte dann dieses dann rein klingt jetzt ein bisschen verwirrend wahrscheinlich aber wenn er das dann gleich seht bei mod studio 2 ist es alles easy peasy so und so machte das dann wie gesagt wenn er zehn verschiedene farben haben wollt dann geht er dementsprechend vor heißt also wir machen das noch einmal wenn er jetzt das jetzt in schwarz haben wollt so da geht er natürlich wieder hin ja ist ja logisch und macht das wieder hier 16 komm schon mal 16 geht auf ok weichert das ab na klar so ja um die jetzt schwarz zu schreiben machen wir jetzt ein 1 so egal ja weichern das ab und dann hätten wir das drin ja so in rot in schwarz und so könnte dann je nachdem wieder alle anbauteile und ihr möchtet jetzt mal drei verschiedene farben dafür nehmen dann macht ihr das so wie gehabt ja ganz normal im png format machen und dann funktioniert das ich denke ich mal soweit klar das ganze aber wir werden das gleich nochmal bei mod studio 2 nochmal sehen wie das genau wie ich das genau meine wie das genau funktioniert ihr könnt wie gesagt die herkömmliche art und weise machen ja nochmal nochmal gesagt ihr könnt das ja bei ja bei eurem programm in meinem fall natürlich paint.net und dann könnt ihr da natürlich dann diese farbe dann nehmen dann abspeichern dann die nächste ja könnt ihr auch machen ihr könnt dann natürlich auch einfach dann hier wenn ihr hier das ganz kurz umbindet das geht ja schnell habt ihr gesehen zack zack je nachdem wieviel farben ihr machen wollt ja und dann geht ihr dann bei mod studio 2 rein und bei den accessories dann bei den anbauteilen dann legt ihr einfach die fender steht dann rechts fender dann holt euch das bild beziehungsweise nicht das bild sondern in diesem falle dann dann eure definierte farbe des kästen hier 16 x 16 oder das hier oder whatever für eine farbe und zack habt ihr das damit definiert und die farbe habt ihr dann auch hinterher beim lkw konfigurator sprich auch im game ja sollte eigentlich klar sein soweit aber ihr werdet es ja ich werde das ja gleich sehen mache ich auch ein zwei beispiele damit ihr seht wie einfach das ist ok so zu der geschichte mit dem logo ja wir gehen mit doppelklick drauf auf den ordner dann gehen wir hier mit doppelklick drauf und dann hier auf vehicle ja upgrade paintjob volvo und so weiter und so fort so sind wir ja bei der lightbox hier angekommen gehen mit doppelklick drauf und das ist das ja der ursprüngliche skin von sanax ja und ja da legen wir dann jetzt unser skin drauf ihr könnt das natürlich jetzt hier nur genau orientiert ihr euch hier an dem an der vorgabe hier an dem skin und hier in diesem bereich ja ein bisschen höher ja könnt ihr vielleicht ja ich sag jetzt mal wenn ihr jetzt sag ich mal einen halben oder einen halben zentimeter drüber seit würde das auch noch funktionieren ja aber könnt ihr euch dann rantasten am besten wenn es beim ersten mal nicht so funktioniert hat sollte ja kein problem sein ja ihr könnt das so lassen ohne farblichen hintergrund ich habe einen farblichen hintergrund genommen ja zwar diesen hier so in rot ja dann ist das soweit alles so rot beleuchtet und ja da wären wir hiermit schon mal mit der lichterbox ja schon durch ja geht auf speichern geht auf dds natürlich ja und der drops wäre gelutscht so jetzt kommen wir hier zum problemchen mit dem ja mit dem nummernschild das ist nicht diese hier nicht nehmen diese nicht nein wir nehmen diese ja und oben ist vorne und unten ist hinten aber ich werde hier nichts rein machen weil ich habe es schon probiert ein paar mal und auf verschiedene art und weisen aber hat nicht funktioniert also hinten nicht werdet ihr ja dann gleich im game sehen nur vorne ja habe ich da ja was rein skinnen können hat auch funktioniert mehrere sachen habe ich dann ausprobiert ging alles nur hinten leider nicht weshalb auch immer wie gesagt wenn es bei irgendjemandem klappen sollte wie auch immer weiß ich nicht kann ja sein vielleicht habe ich da irgendwo dann fehler gemacht denke ich mal nicht aber kann ja sein warum nicht ja dann schreibt das gerne in die kommentaren das würde mich auch sehr interessieren warum das dann hinten nicht funktioniert oder vielleicht dann doch funktioniert wäre dann supi von euch ok dann gehen wir aus datei importieren bin ich dann in meinem ordner drin dann gehe ich hier ja auf meinen schon erstellten skin hier oder vorlage wie auch immer so und dann setzt er die so passend ungefähr ja so wie ich das jetzt hier eingesetzt habe ja habt ihr denn das original sage ich jetzt mal als vorlage und dann setzt er den dann so da rein ja dass das so wenn er weniger so passt ja wie gesagt ich habe es jetzt nur jetzt als kleines ja muster jetzt so gemacht nur als test so dann fixiert er das ganze wenn ihr der meinung seid das ist soweit ok ihr könnt natürlich hier unten auch was skinnen also wenn er wenn das funktionieren sollte bei euch weiß ich nicht wie gesagt habt ihr es in den kommentaren wenn es geklappt hat und auch auch so könnt ihr gerne in den kommentaren ja euer feedback dazu geben sehr gerne warum nicht ich würde mich sehr freuen darüber das nur so am rande und ja dann könnt ihr es dann hier ihr müsst es sogar hier ausblenden sonst kommt das natürlich alles mit ja und somit habt ihr dann euer logo in meinem falle jetzt hier diese volvo trucks ja mit dem wikingerkopf hier oder die zwei köpfe sind ja zwei gleiche aber egal und ja dann speichert die geschichte dann dann ab auch hier im dds-format und dann wenn wir mit der geschichte durch ich ja sagt er nochmal müsst ihr natürlich überschreiben und nochmal und so weiter und so fort so dann packen wir das ganze ich habe sie hier schon ja dann hätten wir schon mal dann nicht natürlich sorry nein den müssen wir jetzt hier entpacken das ist ja der der lkw so dann hätten wir den ja schon mal fertig der ist soweit fertig der muss nicht im mod studio 2 der ist ja schon fix und fertig wie ihr sehen könnt ja alles soweit taco und jetzt gehen wir im mod studio 2 und müssen ja natürlich den lkw oder das lkw template mit so einem volvo hier ja müssen wir dann im mod studio 2 zum mod umwandeln und natürlich die anbauteile das ist natürlich interessant denke ich mal dann könnt ihr sehen wie das also so so wie ich das immer als solches bei solchen sachen da ich mal hand habe ja ok let's go bei mod studio 2 geht ihr natürlich hier auf start a new mod project dann auf eurotrack simulator 2 dann auf home und dann geht ihr auf a template und dann geht ihr nicht hier auf simple truckskin nein ihr geht hier oben hin auf advanced truckskin ja so und dann suchen wir uns unseren volvo aus wo ist er denn da ist er ja ja sanax volvo erfahrt 2022 so das ist er hier ok so alles klar so und jetzt gehen wir das ganze prozedere durch hier oben ja über lkw an dann skin name ja ist ja der volvo ne so 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 dann meine 1000 die ich immer rein mache icon wisst ihr denke ich auch ja könnt ihr dann euch hier eins erstellen oder übernimmt dieses dann ja wie ihr wollt so und jetzt kommen wir zum Truck-Skin. Ich habe ihn hier ausgewählt. Ich kann auch diesen hier mit auswählen. Beide. Dann gehe ich und gehe dann auf mein Template, füge das dann hier ein. Ja, so. Und jetzt kommt natürlich das, was ich vorhin erwähnt habe. Die Accessories, die Anbauteile, genau. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Hier auf der rechten Seite habt ihr und hier ist viel mehr drin, ja, wie ihr sehen könnt. Für den FH16, blablabla, alles, alles aber funktioniert als solches. Ja, könnt ihr dann alles das mitnehmen, was ihr wollt, ja. Habe ich ja als solches auch gemacht, könnt ihr alles nehmen oder was ihr auch jetzt Bock drauf habt, ja. Zum Beispiel jetzt hier die Türgriffe. Geht ihr hin? Geht auf Browse, so. Und jetzt zum Beispiel Türgriffe. Ja. LKW ist nicht schwarz, dann nehme ich die mal in rot. Zum Beispiel jetzt, ja. Zack. Und schon habt ihr es drin. Fertig. So. Nächste. Dann immer den Nächsten. Nicht alle mit einem machen, sondern immer schön jedes für sich, ja. Ist auch wichtig. Weil das könnte dann auch zu Problemen führen oder führt sicherlich zu Problemen. So. Dann, ja, alle gehen wir nicht durch, aber ihr habt das Prinzip, denke ich mal, schon gesehen und verstanden, ne. So. Jetzt könnte das hier zum Beispiel, ja, gehen wir weiter, was weiß ich. Frontpumper, ja, gehen wir hier auch auf Stockpaint oder Paint. Wenn ihr natürlich von, von, von einer Sache habt, dann könnt ihr natürlich mehrere anklicken, ja. Es geht nur darum, dass ihr jetzt nicht hier welche habt und dann geht ihr hier und klickt dann noch welche an, ne. Ne. Also, richtig verstehen jetzt das Ganze, ja. Wenn ihr jetzt beim Filter, sag ich jetzt mal, alle anklicken wollt mit einer Farbe, dann klickt ihr die alle an mit einer Farbe, ja. Und fertig. Dann geht ihr dann auf dem Nächsten. Also Add Image, ne. Immer ein weiter klicken. Aber wir haben ja gesagt, ja. Wir könnten auch jetzt den nehmen. Wird ja jetzt keine Rolle, aber okay. Wir gehen jetzt hier auf den Frontpumper hier, wie gerade gesagt, und klicken alle an. So. So. Wir klicken jetzt alle mal an. So. Ist egal. Obwohl ich ja schwarz drin habe, sag ich jetzt mal, nehme ich schwarz, ne. Nur als Beispiel. So. Jetzt habe ich den in schwarz. Jetzt könnt ihr nehmen. Jetzt habt ihr das nächste. Ja. Add Template. Ja. Nehmen wir Add Template nehmen. So. Jetzt macht der Filter in gelb zum Beispiel, ja. Dann klickt er hier drauf und dann macht er gelb. Und so immer weiter und immer weiter und immer weiter. Ich denke mal, das Prinzip ist soweit verstanden. Ja. Dass ich das, wenn man das so vor Augen hat, ja. Versteht man das besser, als wenn man das im Vorfeld so erklärt, dann, äh, fällt der Send nicht so als solches, ne. Aber so, denke ich mal, ist das dann, äh, verständlicher, das Ganze. Gut. Als solches, äh, kann ich jetzt hier dann, ja, weitermachen oder abbrechen, denn alles andere, wisst ihr ja, wie das funktioniert, ja. Dann geht er natürlich dann hier und geht auf Mod-Name, gibt den Mod-Namen dann rein, ja. In meinem Falle wäre das ja eher hier gewesen, ja. Oder die anderen Namen nehmen, ist ja ganz klar, aber, ja, liegt ja nahe, dass man den dann nimmt. Dann, äh, Auto wäre ich ja dann. Ja, und dann, last but not least hier, Kategorie, Paintjob ist das ja. Und, äh, ja, dann, äh, wird er, wie gesagt, dann noch was reinschreiben, beziehungsweise das Icon auch ändern, wenn er wollt. Und das kennt ihr ja, denke ich mal, alles, ne. Dann geht er natürlich wie gewohnt hin und geht er auf Export Mod und der Kuchen ist, oder der Drops ist gelutscht, so, sagen wir nicht der Kuchen, sondern der Drops. So, ich hab das ja soweit fertig. Mir ging's ja jetzt nur, ja, ja, eigentlich um die Anbauteile, damit ihr das auch seht, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie ich das mache. Ihr könnt das natürlich auf die herkömmliche Art und Weise machen. Ihr könnt das, so wie die, die vorgegeben sind, sagt er, nee, ich nehm die, die jetzt vorgegeben sind und mach die soweit. Alles gut. Ja, ich wollte euch nur zeigen, wie ihr, wie ihr das auch machen könnt, ja, wenn ihr wollt, ja. Und natürlich, äh, macht man sich da ein bisschen Zeit, sag ich jetzt mal, ja. Nimmt natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Ihr müsst alles anklicken, dann geht das Nächste durch, wenn ihr alle machen wollt, ist logisch, ne. Ein bisschen Zeit, äh, kostet das immer, aber trotz alledem, denke ich mal, ein bisschen weniger, als wenn ihr dann alles, äh, skinnen müsst, ne. Aber nun gut, jeder so, wie er mag und, äh, ja, Lust drauf hat. Ich hab's euch nur gezeigt jetzt, äh, wie ihr es, äh, auch machen könnt, schneller machen könnt, ja. Das Ergebnis ist dasselbe, wie ihr gleich sehen werdet. Und, ja, jetzt, äh, springen wir, ja, zum LKW-Konfigurator im Game, weil hier sind wir ja soweit durch. Kennt das Spielchen ja, ja, ihr exportiert hier den Mod, wenn er soweit alles geklappt hat, gehen wir mal von aus. Und dann, legt er das natürlich in den Mod-Ordner rein, dann im Game rein, und dann, äh, ja, alles soweit, taco. Und nicht vergessen, den, den eigentlichen, äh, Mod von Steam, von Sanax, den müsst ihr natürlich auch, äh, abonniert haben, ne? Das, äh, erklärt sich ja von selbst, denke ich mal, ja? Okay. So, dann gehen wir jetzt ins Game rein. Wir sind jetzt beim LKW-Konfigurator. Ich hab ja schon ein bisschen angefangen hier, ja, ja, die ganzen Anbauteile, ja, wie ich euch das ja vorhin gezeigt habe, bei Mod Studio 2, ja, macht er einfach 16x16, ja, definiert eine Farbe, und dann könnt ihr die ganzen Anbauteile, entweder mit einer Farbe, so wie ich jetzt gemacht habe, ja, ich weiß, sieht jetzt nicht so sexy aus, aber darum geht es ja jetzt auch gar nicht, nur damit ihr seht, dass es prinzipiell auch funktioniert, das Ganze, ja? Alle Anbauteile, wie ihr sehen könnt, habe ich dann, als, äh, ja, mit Rot markiert, ja, wie, auch, bei Mod Studio 2 so definiert, Spiegel hier natürlich auch noch, ja, auch in Rot, na klar, wenn schon, denn schon, und, äh, ja, soweit, erst mal so gut, ja, wie gesagt, ihr könnt euch hier, als solches austoben, ja, oben auch, habe ich ja auch gemacht, und, äh, ja, das hätten wir, das hätten wir, irgendwas vergessen, schau mal, ohne eventuell, ja, hier das Teil hier, habe ich dann auch hier gemacht, ja, das könnt ihr alle, so wie ihr, so wie ihr das, äh, mögt, könnt ihr euch das dann, so, einsetzen, ne, aber, ihr wisst ja dann, jetzt wie der Hase läuft, als solches, wenn er einfach nur eine Farbe definieren könnt, oder wollte, braucht ihr nicht extra die, die ganzen Anbauteile zu lackieren, ja, kostet euch da nur zu viel Zeit, sag ich jetzt mal, ihr müsst auch nicht alle machen, das ist auch ganz klar, aber wenn, macht er so, ja, 16x16, und dann definiert ihr eine Farbe, und dann legt er einfach los, und klatsch, 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 nimmt natürlich auch ein bisschen Anspruch, jetzt hat er den Anspruch, aber geht trotzdem unterm Strich schneller, als wenn er jedes, äh, Anbauteil, jetzt komplett, jetzt, äh, bei Paint.net erst, äh, ja, bearbeitet, ja, würde ich mal sagen, okay, ach ja, da ist ja noch die Lightbox, die wir uns noch anschauen, und, das Nummernschild, was hier nur, sich vorne verändert, und hinten leider nicht, deshalb auch immer, und natürlich schauen wir uns doch, äh, kurz den Innenraum an, okay, dann, äh, kommen wir uns mal jetzt hier, das Nummernschild an, so, das ist ja natürlich, das Standardnummernschild, ja, was ihr dann natürlich, könnt ihr ja, individuell dann, immer eintragen könnt, ja, und dann ist hier dieses, äh, benutzerdefinierte, was, äh, wie gesagt, weshalb auch immer, nur vorne funktioniert, ja, aber es funktioniert, könnt ihr sehen, ja, hier auf dem Template, schon, bei paint.net, zu sehen gewesen, ist das hier natürlich, voll übernommen, hinten natürlich nicht, weil ich habe ja nichts gemacht, aber wie gesagt, das, äh, funktioniert halt nicht, da habt ihr das normale, Nummernschild, als solches, ja, also das, was ihr euch da, für euch dann ausgewählt habt, und, äh, ja, und vorne, wenn ihr das so macht, habt ihr dann, euer Logo, oder Schriftzug, was auch immer, ja, okay, und oben, wenn ihr das überhaupt machen wollt, ne, ist klar, ne, bleibt euch ja überlassen, und oben haben wir das, äh, die Lightbox, ja, hat auch soweit funktioniert, wie wir sehen können, ja, ne, ich habe die jetzt so, auch im Hintergrund rot gehalten, wie ihr gesehen habt, ja, vorhin, ja, und soweit, so gut, ne, okay, das wäre das, dann gucken wir uns nochmal, drin mal kurz hier um, ihr könnt euch natürlich auch ein bisschen austoben, ne, ist ganz klar, da ist jetzt hier, dass hier ein paar Sachen, oder wenn ihr, ja, von Belka die Accessories habt, ne, könnt ihr euch dann auch austoben, ja, funktioniert auch hier für den Volvo, und hier oben ist auch sehr nice, gesehen habt, ja, ohne, dann könnt ihr so gestalten, oder so gestalten, oder auch so gestalten, ja, wie ihr so lustig seid, oder Bock drauf habt, wie gesagt, hier habe ich die ganzen, ja, von Belka, ne, und, ja, wenn ihr die auch habt, könnt ihr die dann auch nehmen, oder andere, ist ja ganz klar, hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, hier an den Sitz noch was, ja, Standard, ne, so, kann man sagen, nehmen wir mal die hier, das hier, das Navi, das ist auch sehr nice, mit Kamera vorne, schauen wir uns gleich kurz an, wenn wir gleich mal draußen, den Hubel mal anlassen, ja, und Lenkrad, haben wir mal, Premium, oder Standard, ne, ja, das ist eigentlich soweit, so gut, das Ganze, okay, dann, äh, gehen wir mal raus, und, ja, schauen wir uns das Ganze mal an, wie das so alles, äh, funktioniert, aber im Großen und Ganzen sind wir ja schon damit durch, okay, ich bin dann hier in den Nachtmodus mal gewechselt, damit ihr auch die Lightbox da besser sehen könnt, ja, kann man Motor anschmeißen, hier, machen wir die ganze Sache mal an, ja, kann man gut erkennen, ne, Leute, also wie gesagt, könnt ihr dann dementsprechend, ja, Schriftzug, oder Logo, oder auch beides, ja, könnt ihr alles mit kombinieren, sieht ja als solches ganz nice aus, ja, ich habe jetzt hier, wie gesagt, ja, halt nur so zur Probe, ich werde den auch nochmal komplett umgestalten, ist ja ganz klar, ist ja nur jetzt, damit ihr sehen könnt, dass das soweit funktioniert hat, ne, so, jetzt schauen wir uns den mal von innen kurz noch an, das Navi und so weiter, jetzt sind wir hier im Innenraum, wie wir sehen können, und, ja, das Navi, sehr nice, finde ich, schön groß, ja, so als Tablet, und Dashboard, gefällt mir auch sehr gut, könnt ihr dann hier umschalten, vorne auf Kamera, mal so, dann noch so, so, erspart uns natürlich dann, den Spiegel da vorne, den können wir dann, ja, eigentlich entfernen, sag ich jetzt mal, ist ja dann überflüssig, würde ich mal sagen, und, ja, probieren wir das Ding mal aus hier, habe ich ja noch gar nicht, ja, funktioniert sehr gut, ja, alles soweit mit, also von der Kamera her, kann man nichts anderes sagen, ne, er sei jetzt jetzt im Dunkeln, aber trotz alledem, er erkennt das, ne, gut, Leute, dann, äh, würde ich mal sagen, sind wir, soweit durch, mit der Geschichte hier, mit dem Volvo, dem neuen, der jetzt ja, ja, ich sage jetzt mal, in wenigen Wochen dann auch, best ihr mit implementiert wird, im Game, aber trotz alledem, ihr habt den jetzt hier, also, wenn ihr den natürlich, äh, wenn ihr Bock auf den habt, natürlich, und dann habt ihr dann, äh, eure eigene Lackierung direkt, äh, vorne weg, ne, das ist ja schon mal was, wenn ihr auf das ganze Bock habt, okay, dann, äh, war es das, äh, für mich, hier, für euch, und hoffe, euch hat das, äh, ein bisschen gefallen, wisst ihr ja, ein Däumchen wäre ein Träumchen, und bis dahin, hasta la vista und bis zum nächsten Mal, euer AC Gaming, ciao,